Ja, dann sind wir jetzt mal kurz hier unten in der Marina gelandet. 16 ist ja die Altstadt von Agadir abgebrannt und da gab es 13.000 Tote. Wenn wir eine kleine Rundfahrt machen, Marina, Kaspar und so anderthalb Stunden. Also Mohammed hat mich jetzt hier oben auf den Kaspar, oben auf den Berg von Agadir da gebracht. Habe ich es auch noch geschafft, einen kleinen Sonnenuntergang und eine kleine Timelapse zu filmen. Der Osmo Pocket ist da vorne noch am Filmen und die Sonne ist gerade am Untergehen. Bang Leute, hallo Leute, hallo YouTube. Hier vom Eingang vom Robinson Club, hier im Hintergrund, mache ich mich jetzt mal auf den Weg zur Marina nach Agadir. Ich wollte eigentlich am Strand vorbeilaufen, aber Knie ist ein bisschen lediert, so leicht lediert, aber vier Runden Golf gespielt. Deswegen nehme ich jetzt mal ein Taxi, die finde ich vom Club und das kostet ungefähr so, da haben sie gesagt, so 3 Euro, 3, 4 Euro dahin. Dann werde ich mir schön mal die Marina angucken und dann werde ich mal, warte mal, ich hole erstmal die Sonnenbrille raus. Und dann werde ich vielleicht ein paar schöne Impressionen filmen. Dann nochmal runter zum Strand, ein bisschen am Strand, unten am Atlantik, ein paar Impressionen überhaupt hier filmen. Und so, das wird dann ein ganz gemütlicher Tag ohne Golf heute mal. Vorletzter Tag leider, morgen dann nochmal Golf, Montag ist dann leider schon Abreisetag. Und vielleicht werde ich euch auch mal die Anlage hier ein bisschen zeigen, die ja wirklich extremig mal gerade hier sehr schön ist. Also weitläufig, hier wird alles geboten und jetzt geht es aber erstmal vor dem Club, um ein Taxi zu erhaschen. Und dann, ja, sehen wir uns gleich vielleicht in der Marina wieder. So, das ist der Mohamed, der Taxifahrer, hat mir angeboten, dass er mit mir eine kleine Rundfahrt macht. Marina, Caspar und so anderthalb Stunden und da bin ich mal gespannt, was er mir alles zeigt. Okay. Und dann, ja, sehen wir uns gleich wieder. So, also Mohamed hat mich jetzt hier oben auf den, auf den Kaspar, oben auf den Berg von Agadi, die hat er gebracht. Und da gehen wir uns jetzt mal die Aussicht angucken, ne? Inshallah. Dann schauen wir mal. Ja. Gucken wir mal. So, Leute, bevor sie mich hier zum Kamelreiten verdonnern, gucke ich mir jetzt mal hier am Anfang, gucke ich mir jetzt mal die schöne Aussicht hier rund unter nach Agadir an. Und das sieht auch schon ganz gut aus. Wenn ich mich jetzt mal drehe hier, könnt ihr hier unten die Marina sehen. Ja, Marina. Da liegen, da ist die Marina, da liegen die Yachten, unten ist der Hafen mit den ganzen Fischerbooten. Fischmarkt. Ja, unten Fischmarkt und alles. Hafen. Hafen. Und da ist das Königspalast, ja. Das ist das Königspalast. Das ist das Königspalast. Ja, aber zu dir ist das Nebel heute. Ja, aber besser, besser wie gestern, ne? Vorgestern, da war gar nichts zu sehen, ne? Ja, genau, genau. 280 Meter hoch, mit mir. Ja. Ja, da mache ich jetzt mal noch ein paar kleine Aufnahmen hier oben und dann fahren wir gleich mit Mohammed weiter, ne? Bisschen durch die Stadt noch. So, jetzt kann man, hier kann man noch ein paar kleine Aufnahmen machen. mal ein bisschen genauer sehen. Also da, wo der Wald ist, da war 1960 dieser große böse Brand da, wo die ganzen Leute da ums Leben gekommen sind und da muss man wirklich, ne, das war ganz schlimm gewesen und da haben sie jetzt alles wieder aufgebaut drum herum, dann hier auch vorne die Marina, kann man noch mal gucken, da und hier der Hafen und da sieht man die ganz kleinen Boote da, das sind die Fischer, die heute Morgen rausgefahren sind aufs Meer und dann den Fisch gefangen haben und dann geht der, wo ist der Fischmarkt, der Fischmarkt da unten irgendwo? Ja, das Fischmarkt, ne? Und dann bin ich auf den Fischmarkt gebracht und dann landen die bei uns auf der, in der Pfanne. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir jetzt mal kurz hier unten in der Marina gelandet. auch ganz schön, das Wasser ist klar und eine ganze Menge Fische drin und ein paar schöne Boote, so richtig fette Yachten allerdings nicht und aber auch hinten ist noch ein altes Schiff, ist natürlich alles so ein bisschen auf neu gemacht, aber eigentlich ganz, ganz nett hier. alles total, man kommt einfach nicht einfach so rein, das ist ein bisschen mit Sicherheitspersonal umsetzt, da kann ich natürlich auch verstehen. gut dann so much better so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Auf Wiedersehen, viel Glück Und dann gibt es vielleicht noch einen schönen Sonnenuntergang, bis später Musik 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 zum Essen. Es war doch ganz nett hier, diese Taxi-Rundfahrt mit dem Mohamed. Er hat mich dann nachher versucht, natürlich auch noch in so einen Laden da zu schleppen, wo man dann Öle kaufen kann und Kosmetika. Da habe ich gesagt, da bin ich jetzt nicht ganz so die Zielgruppe für, aber war echt ganz nett. Ich habe ihm mal meine E-Mail-Adresse gegeben, da kann er sich den Vlog angucken, wo er drin vorkommt. Und so, jetzt geht es aber runter an den Strand und dann wird schon gefuttert und dann ein bisschen Fußball geguckt und dann hoffentlich noch einen schönen, epischen Sonnenuntergang heute Abend. Bis bald. 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 So Leute, ganz schön ist es auch hier im Innenhof von unserem Haus. Da gibt es so einen schönen Bananenhain. Ich kann mich da mal drehen, dann könnt ihr den mal sehen. Da stehe ich jetzt mittendrin im Bananenhain. Haben sie sehr schön gemacht. Ich kann mich da mal drehen, dann könnt ihr den mal sehen. So Leute, würde ich sagen, habe ich noch eine ziemlich geile Timelapse mit dem Osmo Cockett gerade gemacht. Hier unten am Strand ist wunderbarer Sonnenuntergang war das. Und gute Abmoderation würde ich sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren. Und wie gesagt, teilen. Vielleicht schaffe ich es ja wirklich dieses Jahr noch auf die 1000 Abonnenten zu kommen. Dann kann ich auch mal Livestream machen. Hätte ich gerne hier aus Agadir gemacht. Leider geht das unter 1000 nicht. Also teilt die Videos. Aber wie gesagt, nur unter Leuten, die sich auch dafür interessieren. Tote Abos brauchen wir nicht. Und mit einem kleinen Schwenk hier unten am Strand, am Golf von Agadir, beende ich das Video für heute. Ein paar Impressionen aus Agadir, aus dem Robinson Club, vom Strand, eine schöne Timelapse vom Sonnenuntergang. Macht's gut, haut rein und ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.